Ne Kiste Bier als Strafe, mhm. Zwei Kisten Bier auf Ex, dem ist ne Strafe. ABC, mhm, genau. Dem Pflaster oder was? Klebt's dir dat auf den Arsch, ey, bis zum Pavian. Andi, machst du da vorne auf dem Platz mal die Kippe aus? Mann, ey, boah, ey, dem war knapp. Puh. So, heute Kreisliga, ABC, B wie Bier. Versteh ich nicht. Also, Pilz geht. Naja, vielleicht kommt dann bald P auf Pumsen. Andi, mit deinem Restgas, ey, da kommen ja noch zehn Fahrschüler durch die Prüfung. Apropos Führerschein, ne, dem Andi war letztes Jahr bei uns auf Karnevalsparty. Im Clowns-Kostüm, ne. Steigt mit 18er Tü ins Auto, fährt nach Hause, 500 Meter, warum auch laufen, ne. Bullerei hält den an, fragt den, was machen sie hier im Auto. Er im Clowns-Kostüm nimmt so die Finger an ne Blume und spritzt den Polizisten ins Gesicht und sagt, ich bin ein Clown. Hat bis heute keinen Lappen, muss zu einem Anonym und was lernen wir da draus. Pass auf, wen wir ins Gesicht spritzt. Komm Ferdinand, Attacke da! Dem Pilz gehen ist nie das Problem. Kommt der Schnaps ins Spiel, ist die Show gelaufen. Dem Pilz gehen geht immer. Da freue ich mich immer aufs nächste. Das ist dem Unterschied zum Spiel hier bei Borussia im Glück auch. Stefan, du bewegst dich ja wie so ein alter PC. Den musst du auch immer wieder hochfahren mit 32 Bit drin. Und hier unseren Konstantin, ne. Säuft ja nix. Total beliebt in der Mannschaft, ne. Ungefähr so wie früher die Schüler in der Klasse, wie wenn die sich gemeldet haben, die immer so mit dem Finger geschnipst haben. Alkoholfreies Pilzkind ist, wie wenn ich auf die Tribüne muss. Dem Beste ist raus. Komm Andi, raus! Wechsel! Du triffst ja nix mehr. Ja, was denn? Bist du ja der Fußballexperte oder was? Ja, dann habe ich nur eine Frage. Wie viele Maschen hat ein Tornetz? Danke. ABC, mhm, genau. Dem Pflaster oder was? Klebt's ja das auf den Arsch, ey. Bisschen Pavian. Boah, ihr Kanonenköpfe. Bei der Leistung verteile ich gleich Schlafsäcke. Ja, aber ich habe hier mitgebracht. Wettbewerben. Wettbewerden.